Guten Morgen, liebe Motorsport-Magazin von KOMM-Freunde und Formel-1-Fans. Der Trainings- und Sprintqualifying-Tag liegt hinter uns und wir haben auch wirklich spannende sportliche Sachen noch zu besprechen in diesem Video. Zunächst einmal wollen wir uns aber die Teamchef-Pressekonferenz noch ein bisschen genauer anschauen. Die hatte es richtig in sich, natürlich alles beherrschende Thema weiterhin Adrian Newey und sein Abschied von Red Bull Racing. Es ging gleich damit los, die Frage war, ob der Abschied überraschend kommt und die erste Antwort von Zac Brown, die hatte es ordentlich in sich. Er meinte, naja, vor sechs Monaten, da wäre das Ganze für ihn schon noch überraschend gewesen. Aber nachdem, was da jetzt alles seit Jahresbeginn wirklich passiert ist, da kommt es nicht mehr überraschend für ihn, denn er kennt Adrian Newey gut und er weiß, dass er eine Person mit viel Integrität ist. Das sind natürlich Shots feiert vom McLaren-Geschäftsführer. Was unterstellt er damit? Naja, dass der Abschied nicht deswegen zustande kommt, weil Adrian Newey irgendwie eine neue Herausforderung sucht, sondern aufgrund der ganzen Situation, die sich da bei Red Bull Racing aufgetan hat, die Unruhen im eigenen Team, die Affäre rund um Teamchef Christian Horner. Und er sagt auch, dass das ganze Red Bull Racing destabilisiert hat und er der erste Dominostein ist, der gefallen ist. Also Adrian Newey der erste Dominostein. Er wurde später dann noch konkret darauf angesprochen, was er damit meint und ob er jetzt auch schon merkt, dass sich Leute von Red Bull bei McLaren bewerben. Und er sagt, ja, durchaus gibt es jetzt mehrere Lebensläufe, die von Red Bull Mitarbeitern da in Woking abgegeben werden. Also, das waren schon Aussagen, die hatten ordentlich Sprengstoffpotenzial, die Zac Brown da getätigt hat. Vor allem, weil man bei Red Bull weiterhin darauf bedacht ist, das Ganze relativ klein zu halten. Einerseits Newey vielleicht ja gar nicht mehr so wichtig für dieses aktuelle Team, für dieses aktuelle Auto. Andererseits, naja, neue Herausforderung. Und Dr. Helmut Marko, der hat heute in TV-Interviews auch was von Burnout anklingen lassen. Also, dass Adrian Newey vielleicht einfach nicht mehr dieses unfassbare Verlangen danach verspürt, in der Formel 1 so involviert zu sein. Gibt natürlich unterschiedliche Ansichten von dieser ganzen Geschichte. In der Teamchef-Pressekonferenz saß natürlich nicht nur Zac Brown, sondern auch noch ein paar andere Kollegen. Unter anderem Mike Krack. Und Mike Krack ist ja Teamchef bei Aston Martin. Adrian Newey wurde zuletzt immer wieder mit Aston Martin in Verbindung gebracht. Und Mike Krack, eigentlich ein sehr netter Zeitgenosse, der war fast ein bisschen ungehalten. Der fand das nicht mehr so gut, dass er ständig zur Personalie Adrian Newey befragt wird. Meinte, naja, er hätte ja da eh ohnehin schon immer alles gesagt und so weiter. Es sind immer wieder die gleichen Fragen. So richtig festnageln auf eine fixe Aussage wollte er sich nicht. Aber es hat sich schon so angehört, als hätte man bei Aston Martin die Personalie Adrian Newey aufgegeben. Als hätte man da das Tauziehen um seine Person wohl schon verloren. Interessant war, was James Walsh, der Williams-Teamchef, dazu gesagt hat. Denn er hat schon mit Adrian Newey gesprochen. Das hat er zugegeben. Und meinte, naja, Williams ist ja ein tolles Team und so weiter. Adrian Newey hat ja schon mal für Williams gearbeitet, sehr erfolgreich dort gewesen in Grove. Aber ob es wirklich zu einem Comeback von Newey bei Williams kommt, ich wage es mal zu bezweifeln. James Walsh hat auch noch andere sehr interessante Dinge in dieser Pressekonferenz gesagt. Er wurde natürlich auf die neuesten Gerüchte angesprochen. Andrea Kimi Antonelli, das Mercedes-Supertalent, könnte Logan Sargent noch während der Saison 2024 ersetzen. Ja, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wenn man sich gestern die Fahrerpressekonferenz ein bisschen genauer angeschaut hat und vor allem auch mal zwischen den Zeilen gelesen hat, auch mal auf die Stimmlage von Logan Sargent gehört hat, naja, dann konnte man da schon irgendwie vernehmen, dass das jetzt kein normaler Heimgroppri für ihn ist. Klar, Heimgroppri ist nie irgendwas Normales für ihn ganz besonders. Er ist in Fort Lauderdale geboren, ungefähr 30 Kilometer von der Formel-1-Strecke in Miami entfernt. Aber so richtige Vorfreude hat man da bei ihm eigentlich nicht rausgehört. Also das hat sich fast schon angehört, als hätte er mit diesem Kapitel Formel 1 abgeschlossen. Vielleicht interpretiere ich da jetzt an der Stelle zu viel hinein. Aber es sind natürlich Gerüchte, die immer wieder aufkommen. Er musste ja schon für diese Saison um seinen Platz kämpfen. Seine Leistungen, die sind immer noch einigermaßen durchwachsen, sagen wir es mal so. Dass er bei Williams angezählt ist, das weiß er selbst. Als Alexander Elbin in Melbourne ein Chassis kaputt gemacht hat, musste Sargent sein Auto für ihn aufgeben. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, muss Sargent möglicherweise jetzt sein Cockpit nicht nur für ein Rennen aufgeben, sondern für immer. Worum geht es genau? Naja, Andrea Kimi Antonelli ist ein absolutes Supertalent aus Italien, fährt aktuell in der Formel 2 und er ist Mercedes Junior. Mercedes ist ja immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Lewis Hamilton, der Ende der Saison das Team verlassen wird. Und da ist Andrea Kimi Antonelli tatsächlich in der Verlosung mit drinnen. Man hält so große Stücke auf dieses Supertalent, dass man nicht mal ausschließt, dass er im nächsten Jahr in seiner Debüt-Saison dann in der Formel 1 wäre das, schon im Werkscockpit sitzt. Man fährt aktuell schon ein sehr aufwendiges Testprogramm mit ihm. Vor einiger Zeit hat man da jetzt begonnen, ist schon mit einem 2021er Formel 1 Bulliden am Red Bull Ring gefahren. Schlechtes Wetter gehabt, aber erst kürzlich dann mit einem 2022er Bulliden in Imola unterwegs gewesen. Und man bereitet ihn eben schon auf die Formel 1 vor. Aber wenn er nächstes Jahr aber in diesem Formel 1 Cockpit von Mercedes sitzen sollte, dann will man da wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr haben als einfach nur so ein paar private Tests. Und dann wäre das eigentlich ganz schön, wenn der vielleicht in diesem Jahr schon Formel 1 Luft schnuppern könnte, auch wirklich in der Weltmeisterschaft. Und dann wäre doch so ein Williams-Cockpit eigentlich ganz lukrativ. Das Problem an der ganzen Geschichte ist einerseits, ja, Williams hat zwei Fahrer unter Vertrag mit Alexander Elbin und Logan Sargent. Auf der anderen Seite, dass Andrea Kimi Antonelli noch keine Superlizenz hat. Er hat zwar schon genügend Punkte, die 40, die hat er längst eingesammelt, aber er ist nicht alt genug. Es gibt ja seit dem Debüt von Max Verstappen die Regel, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss. Das war eine Reaktion auf die Verstappen-Geschichte damals. Und Andrea Kimi Antonelli ist erst 17 Jahre alt. Seinen 18. Geburtstag feiert er am Rennwochenende von Sanford, also wirklich am Rennsonntag. Dann könnte er die Superlizenz haben, aber das wäre möglicherweise zu spät. Denn Sanford ist ja erst nach der Sommerpause. Mercedes muss aber schon mal schauen, wie es jetzt fahrermäßig für nächstes Jahr aussieht. Und deswegen hätte man ihn gerne schon früher in der Formel 1 und hat da offenbar auch bei der FIA angefragt, ob man da nicht vielleicht mal eine Ausnahme machen könnte. Wir haben gehört, die FIA ist von diesen Plänen überhaupt nicht begeistert. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man da die eigenen Regeln brechen sollte. Es gibt 20 gesunde Formel-1-Fahrer aktuell und selbst, sollte wirklich einer mal ausfallen, gibt es immer noch genügend Rennfahrer, die das 18. Lebensjahr schon vollendet haben und gleichzeitig im Besitz der Superlizenz sind, also genügend Punkte haben. Deswegen gibt es da eigentlich keinen Grund, wieso man diese Regel brechen sollte. Vielleicht kann man wieder über eine Regeländerung nachdenken, ja. Aber brechen gibt es eigentlich erstmal keinen Grund dafür. James Rouse wurde, wie gesagt, darauf angesprochen. Und er sagte dazu, naja, es gibt eigentlich aktuell nichts auf dem Radar. Im Moment wurde man wieder angefügt. Vielleicht habt ihr das Video gestern gesehen. Und im Moment ist ja immer so eine nette Klausel, die man sich dann auch offen lässt. Also im Moment ist nichts auf dem Radar, ihn zu ersetzen. Aber er hat schon ganz klar gesagt, dass es Ziele gibt, die Logan Sargent erreichen muss. Und aktuell tut er sich da schon damit schwer. Ja, er hat uns gleich Lügen gestraft. Zum ersten Mal in seiner Karriere überhaupt hat er dann in der Qualifikation den Teamkollegen Alexander Elwin geschlagen. Der hat auch ordentlich dabei zugetragen. Seine Runde wurde gestrichen, weil er nicht in den Track-Limits blieb. Aber trotzdem, Sargent also mit seinem ersten Qualifying-Erfolg an dieser Stelle. Ja, wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich bin mal gespannt. Wenn sich die FIA da nicht bewegt, dann kann man sich sowieso auf den Kopf stellen. Und das funktioniert nicht. Für Williams wäre das aber natürlich eine interessante Geschichte. Einerseits, weil man wirklich jeden Punkt braucht. Und Logan Sargent ist nun mal kein Punkte-Garant. Letztes Jahr, ich glaube 27 Zähler bei Alexander Elwin, ein mageres Pünktchen auf Seite des US-Amerikaners. Und das auch nur, weil zwei Autos disqualifiziert wurden. In dieser Saison das Team immer noch mit null Punkten da. Also auch Alexander Elwin noch gar nichts Zählbares geholt. Es wird eng. Man braucht ja wirklich jeden Punkt. Und mit Sargent wird das schwer. Da ist man mit einem Supertalent möglicherweise etwas besser bedient. Auf der anderen Seite würde man Mercedes helfen. Und das könnte sich ja auch auszahlen. Man fährt aktuell ja nicht nur mit dem Mercedes-Motor, sondern auch mit dem Mercedes-Getriebe samt Hinterachse. Da muss man aber das Vorjahresmodell einsetzen. Fertigungskapazitäten und so weiter. Also wenn man da vielleicht den Junior unterbringen könnte, wäre das ein Argument, bei Mercedes vielleicht doch mal zu überlegen, ob man dann neuere Komponenten bekommen könnte. Ein Thema, das uns auf jeden Fall noch beschäftigen wird. Ich bin mal gespannt. Williams ist ein sehr interessantes Team. Das Chaos-Team am Anfang der Saison. Jetzt endlich hat man das dritte Chassis mit dabei in Miami. Aber das hat sich alles nicht so gut angehört, was da bislang passiert ist. Von euch gab es viel Kritik, gab Witz-Team und so weiter. Ich habe Williams immer ein bisschen verteidigt. Warum? Das könnt ihr jetzt in unserer aktuellen Print-Ausgabe nachlesen. In Ausgabe Nummer 96, da geht es um das Excel-Auto. Williams hat bis vor nicht allzu langer Zeit noch mit Excel gearbeitet. Klar, man arbeitet immer mit Excel und immer noch. Aber alle Teile eines Fahrzeugs, alle Teile, das das Team insgesamt produziert, in einer Excel-Tabelle, was es damit auf sich hat, das könnt ihr bei uns in der Print-Ausgabe nachlesen. Abo.motorsport-magazin.com Jetzt kommen wir aber zum Sportlichen. Und das war heute wirklich ziemlich spannend. McLaren hat ein riesengroßes Update mitgebracht. Wir kriegen ja mal die Liste von der FIA, was es da an aerodynamischen Updates gibt. Ja, die erste Update-Welle war angekündigt. Einige Teams hatten neue Teile im Gepäck. Aber McLaren, die haben mal wieder geliefert. Man hatte schon gesagt, ja, wir haben was im Gepäck. Nicht so groß wie letztes Jahr. Aber wenn man sich das dann angeschaut hat, die Liste war ziemlich voll. Lando Norris ist in den Genuss gekommen des kompletten Updates. Bei Oscar Piastri hat man so ein Update-Lite, also nicht alle Komponenten. Und es sah im freien Training schon ordentlich aus. Und dann im Qualifying richtig, richtig gut. Am Ende hat dann trotzdem Max Verstappen die Sprint-Pole geholt im Sprint-Qualifying. Aber er hat sich selbst gewundert, wie. Er meinte, naja, bei mir lief das richtig schlecht. Wie schlecht muss es dann bei den anderen gelaufen sein im SQ3? Im SQ1 und im SQ2, da hatte tatsächlich McLaren die Nase vorne. Norris mit zwei Bestzeiten, Piastri im SQ1 auch noch auf Position 2. Und Norris hätte mit seiner SQ2-Zeit sogar die Pole für den Sprint geholt. Was war da los? Wir müssen uns ein bisschen daran erinnern, wie die Regeln im Sprint-Qualifying ausschauen. SQ1 und SQ2 fahren wir ja mit den Medium-Reifen. Erst im SQ3 kommen dann die Soft-Reifen zum Einsatz. Und das war heute so ein bisschen das Züngern an der Waage. Viele hatten da Probleme. Es gab einige Ausrutscher, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Die McLaren-Piloten, nachdem sie richtig stark aussahen im SQ1 und SQ2, nur auf den Positionen 6 und 9 gelandet. 6, Piastri, 9, Norris. Positive Ausreißer dann zum Beispiel Daniel Ricciardo, sensationell auf Position 4 vorgefahren. Aber was war da irgendwie los? Kann man sich ja schwer erklären, dass man auf den Soft-Reifen langsamer fährt als auf den Medium-Reifen. Aber alle Fahrer hatten Probleme. Max Verstappen hat es ja auch schon angedeutet. Er hat im freien Training schon gemeint, es fühlt sich an, wie auf rohen Eiern auf diesem Soft-Reifen. Hat er gebraucht, bis er das alles richtig verstanden hat. Die McLaren-Piloten haben offenbar die Outlab etwas zu schnell angegangen. Dann sind die Reifen im ersten Sektor überkocht. Kleiner Quersteher und dann überhitzt die Oberfläche zusätzlich. Und dann kommt man da in so einen Teufelskreis rein. Katastrophale erste Sektorzeiten von Norris und Piastri. Und deswegen also so schlecht abgeschnitten. Der C4-Reifen, das ist ja der Soft-Reifen an diesem Wochenende, ist auch ein bisschen empfindlich. Nicht ganz so empfindlich wie der C5, was den Peak angeht. Aber man hat auch gesehen, dass man mit angefahrenen Soft-Reifen, das hat man bei Hülkenberg gesehen und auch bei Stroll, dass man da vielleicht gar nicht so schlecht beraten ist, weil man den besser und einfacher ins Fenster reinkriegt, als jetzt so einen ganz frischen. Also da sind wir mal gespannt. Das Update bei McLaren scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Man hat es dann nur nicht zusammenbekommen, als es gezählt hat. Aber wir haben ja jetzt noch ein weiteres Qualifying. Und da bin ich mal gespannt, ob man die Lehren daraus ziehen kann. Und insgesamt bin ich natürlich gespannt auf dieses McLaren-Update. Mit was es noch zu leisten imstande ist. Denn Miami war jetzt nicht wirklich die Strecke, wo man den McLaren stark erwartet hätte. Wenn ihr euch die letzten, ja wahrscheinlich Monate diese Videos angeschaut habt und Artikel gelesen habt, dann haben wir das aber relativ oft gesagt, dass die Strecke eigentlich nicht zum McLaren passen sollte. Am Ende war es dann doch ganz ordentlich. Kommt vom McLaren selbst. Und meistens gibt es auch eine ganz gute Erklärung dazu, warum das eigentlich nicht passt, warum es dann doch gepasst hat. Jetzt mit dem Update bin ich aber schon mal gespannt. Wieso gehen wir jetzt nicht näher aufs Update ein? Nein, eigentlich hat man alles geändert, bis auf den Heckflügel, wenn ich mich recht erinnere. Also das ist vielleicht mal ein eigenes Video. Ihr könnt es bei uns auf der Website nachlesen, was da genau gemacht wurde. Würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Soweit erstmal zu McLaren. Dann gibt es aber noch eine sehr interessante Geschichte von Ferrari. Charles Leclerc, der sah nach einem ziemlichen Verlierer aus nach dem freien Training. Eine fliegende Runde hat er geschafft. Dann hat er sich gedreht. Der Dreher war jetzt nicht spektakulär. Auf dem Weg, auf die lange Gerade im letzten Sektor. Ein bisschen hart über den Körb gefahren. Dann beim Rausbeschleunigen versetzt. Hat sich gedreht. Nicht angeschlagen. Alles halb so wild. Das Problem war nur, dass die Strecke an dieser Stelle besonders schmal war. Und er hat sich dann nicht sehr geschickt angestellt beim Wendemanöver. Also wenden in drei Zügen. Das müssen wir nochmal üben. Ja, mit so einem Formel-1-Auto. So Wendekreis wie ein LKW ist das nicht ganz so einfach. Er hat es versucht. Erstmal mit einem Burnout hat er dann gesagt, okay. Bevor er sich das Auto kaputt macht, macht er das langsam. Hat ewig gedauert. Ewig lang gelbe Flaggen. Hat es dann aber nicht geschafft. Er musste sein Auto abstellen. Das Problem war, die Kupplung ist überhitzt. Er konnte dann den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Rote Flagge, Unterbrechung. Irgendwie eine kuriose Szene für so eine Lappalie. Aber für ihn war das Training damit vorbei. Und das war ja die einzige Trainingssession an diesem gesamten Sprintwochenende. Eine fliegende Runde. So in die Qualifikation reingegangen. Mit dem Rücken zur Wand. Noch dazu im Hinterkopf, dass die letzten Qualifikationen für Leclerc nicht besonders gut gelaufen sind. Seine einstige Spezialdisziplin wurde auf einmal zum Problemfall. Dann jetzt mit dieser Vorbereitung hat es wieder funktioniert. Leclerc auf Position 2 gefahren. Nur eine zehntel Sekunde Rückstand. Auf Max Verstappen. Den Teamkollegen Carlos Sainz wieder geschlagen. Und er hat selbst gesagt, er wollte jetzt nicht vom Befreiungsschlag sprechen, aber er hat selbst gesagt, das ist jetzt mal ganz gut. Nachdem er ja schon angezählt wurde, man ist immer nur so gut wie sein letztes Rennen und so weiter. Und er weiß ja selbst, dass es da nicht so richtig lief. Und hat jetzt gesagt, das ist gut, um mal die Kritiker ruhig zu stellen. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das dann auch im Rennen fortsetzen wird. Miami durch die hohen Temperaturen schon einiges an laterale Kräfte. Vor allem im ersten Sektor tut man sich auch ein bisschen leichter, die Reifen in das richtige Fenster reinzukriegen. Also war das jetzt eine Eintagsfliege, ja oder nein? Wir werden es dann sehen. Wir haben ja noch eine zweite Qualifikation, nämlich eine richtige Qualifikation für den Grand Prix. Wir haben den Sprint. Wir haben jede Menge Action. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich riesig freuen, wenn wir vielleicht noch an diesem Wochenende eine Schallmauer durchbrechen würden. Wir wahrscheinlich ein bisschen enger an diesem Wochenende. 215.000 Abonnenten könnten wir schaffen. Aktuell stehen wir bei 213.822. Also die 214, das wäre schon Mindestziel, kann man das so sagen. Ist vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen. Wir sind über jeden Einzelnen froh, würden uns aber freuen, wenn wir die 215.000 dann bald knacken würden. Es gibt auf jeden Fall einiges zu berichten in nächster Zeit. Wie gesagt, Sprint, dann die richtige Qualifikation und dann eben auch noch den Grand Prix am Sonntag.